Das nächste Thema ist der sommerliche Quatsch, die Luftdichtheit und das sind die Lüftungskonzepte bei Wohngebäuden. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein ganz eigenes Kapitel, das hängt punktuell auch wieder mit der Konstruktion von Bauteilen zusammen. Deswegen werden wir auch gleich über bestimmte Bauteilschichten noch sprechen an Ihrem Gebäude. Aber an sich ist das nochmal ein separates Kapitel, so ähnlich wie beim sommerlichen Wärmeschutz auch. Warum ist die Luftdichtheit wichtig? Es ist so, oder Sie können es wieder vergleichen mit einer Winterjacke, die Sie nicht zumachen. Das heißt, wenn Sie eine super schöne warme Winterjacke anhaben und den Reißverschluss vorne auflassen, dann wärmt das bestenfalls noch an den Armen. Aber insgesamt dürften Sie relativ schnell frieren. Ähnlich verhält es sich auch bei einem Gebäude. Das heißt, Sie können Ihre Bauteile noch so gut machen, wenn Sie Ihr Gebäude nicht luftdicht errichten. Dann verlieren Sie irgendwann viel mehr Wärme über die Luftundichtigkeiten Ihrer Gebäudehülle als über die Bauteile selbst. Und wir werden auch noch darüber sprechen, dass Sie natürlich im Gebäude auch Luft brauchen, trotzdem Luft brauchen. Aber das möchten wir ja ganz bewusst auch steuern, wie viel Luft wirklich im Haus benötigt wird und möchten dabei möglichst wenig Wärme, Energie auch verlieren. Wenn man sich das mal anschaut, wie sich die Bedeutung der Luftdichtheit verändert hat über die Jahre, dann kann man erkennen, dass ganz am Anfang, also noch vor der ersten Wärmeschutzverordnung 1977, eigentlich die Luftdichtheit bzw. die Lüftungswärmeverluste prozentual betrachtet egal waren. Weil die Bauteile so schlecht waren, die waren schlecht wärmegedämmt, hatten schlechte U-Werte, Wärmedämmstoffe gab es gar nicht so wirklich in der Form, in der breiten Masse. Das heißt, wir hatten anfangs einen prozentualen Anteil der Lüftungswärmeverluste von vielleicht 20%. Die Gebäude waren auch relativ luftdurchlässig, ungewollt luftdurchlässig, was andererseits auch wiederum gar nicht so schlimm war. Ein Teil davon braucht man sowieso als Frischluftbedarf im Gebäude. Und andererseits hat dieser große Luftwärmeaustausch, der Lüftungsaustausch im Winter dazu geführt oder dafür gesorgt, dass es in diesen Gebäuden eben auch nicht so leicht zu Schimmelpilzbildung gekommen ist. Das Thema Feuchtehaushalt hat man schon mal tangiert. Das werden Sie im zweiten Semester bei Herrn Schuchert nochmal vertiefen. Schimmelpilze brauchen Feuchtigkeit zum Wachstum. Dementsprechend hat es dazu geführt, wenn Ihr Gebäude Luftaustausch hat im Winter, dass es im Gebäude selbst relativ trocken war. Das hat sich dann im Laufe der Zeit immer weiter geändert und wir landen mittlerweile bei einem Anteil der Lüftungswärmeverluste an den gesamten Wärmeverlusten vom Gebäude. Und das werden wir auch später sehen, wenn Sie die Energiebilanz aufstellen, von fast 50%. Und das gilt es natürlich jetzt zu reduzieren. Das heißt, selbst wenn man das jetzt noch weiter reduziert, den Anteil der Transmissionswärmeverluste, wenn man jetzt sagt, ich reduziere jetzt diesen grauen Block noch weiter und sorgt nicht gleichzeitig dafür, dass ich die Lüftungswärmeverluste auch reduziere, habe ich dementsprechend irgendwann ein Verhältnis zwischen Transmissionswärmeverlusten und Lüftungswärmeverlusten, wo die Lüftungswärmeverluste dominieren. Das heißt, je besser meine Gebäudehülle ist, je besser meine Wärmebrücken sind, desto bedeutender wird der Anteil der Wärmeverluste, die in Folge Konvektion, das ist ja der Wärmetransportmechanismus dahinter, also Lüftungswärmeverluste, auftreten. Das heißt, irgendwann macht es gar keinen Sinn mehr, nur an den Bauteilen zu schrauben, sondern ich muss auch an den Lüftungswärmeverlusten schrauben. Also die Bedeutung ist relativ hoch geworden und mit der zunehmenden Gebäudedichtheit, durch bessere Werkstoffe, durch eine überlegtere Baukonstruktion und Bauweise, trat jetzt ein anderes Problem auf, dass ich nämlich darauf achten muss, dass genügend frische Luft in mein Gebäude reinkommt, beziehungsweise Luftschadstoff und Feuchtigkeit aus meinem Gebäude rauskommen. Deswegen ist das immer so ein Doppelthema. Luftdichtes Bauen und ich muss mich gleichzeitig aber auch um ein geeignetes Lüftungskonzept kümmern und überlegen, weist mein Gebäude genug Undichtigkeiten auf, damit es nicht zu Problemen kommt oder muss ich bewusst maschinell vielleicht be- und entlüften mein Gebäude. Das heißt, die beiden Themen gehören zwangsweise zusammen, zwangsläufig zusammen. Wie kriege ich jetzt in einem ersten Schritt eine luftdichte Gebäudehülle hin? Indem ich mir erstmal anschaue, wo typische Schwachstellen meines Gebäudes sind. Man kann die Gebäudedichtheit testen. Das werden wir sonst in einem normalen Semester auch an der Hochschule mit Ihnen gemeinsam gemacht. Das Einverfahren ist das Blower-Door-Verfahren. Das heißt, Sie pumpen Luft in Ihr Haus, erzeugen einen Überdruck und kontrollieren, wie viel Luft müssen Sie kontinuierlich sozusagen in das Gebäude reinschieben, damit dieser Überdruck oder Unterdruck, wenn ich jetzt Luft raussauge, konstant bleibt. Und das stellt man fest, dass es typische Schwachstellen gibt, wo entsprechend Lüftungs-Wärmeverluste auftreten. Die sind hier mal genannt. Und das sind eigentlich alle Anschlusssituationen, wo Probleme auftreten. Im Bereich der Baukonstruktionen hatten wir das Thema Luftdichtheit der Konstruktionen schon mal thematisiert. Eine Konstruktion kriege ich relativ einfach luftdicht hin, ausreichend luftdicht hin. Wie, das sehen wir gleich, welche Schichten das sind und welche Materialien das sind. Aber ich muss, das ist das Grundprinzip der Baukonstruktion, ich muss die Funktionen lückenlos auch um mein gesamtes Gebäude anordnen. Das war bei den Wärmebrücken nicht anders. Auch da muss ich gucken, dass meine wärmedämmende Schicht lückenlos auch im Bereich der Anschlüsse weitergeführt werden kann. Und so gilt das auch letzten Endes für die luftdichte Ebene. Das heißt, egal wo man jetzt hier Probleme sieht, egal ob das jetzt der Traufanschluss ist oder ob das so eine Kehlbalkenlage ist oder ob das Fenster und Rollläden sind, es geht immer, oder die Schwachstellen sind immer die Übergänge von einem Bauteil zum nächsten. Ein Fenster in sich wird luftdicht sein, die Außenwand auch, das ist relativ leicht hinzukriegen. Aber was mache ich, wie gestalte ich den Anschluss des Fensters an den Baukörper, wie gestalte ich im Bereich der Traufe zum Beispiel den Anschluss der luftdichten Schicht im Dachbereich an die Außenwand. Dementsprechend war dann die logische Konsequenz, nachdem man festgestellt hat, wo Schwachstellen sind, dass man sich um diese kritischen Anschlüsse eben auch nochmal besonders Gedanken macht, die auch konstruiert, entsprechend der Regeldetails, also der normalen Standarddetails, die sich daraus entwickelt haben. Und Sie sehen jetzt hier einen typischen Verlauf der luftdichten Ebene, das ist die rote Linie, für den Fall, dass der Keller nicht beheizt ist. Also wenn Sie den Keller rausnehmen und sagen, das ist unbeheizt bei uns oder bei Ihnen im Projekt, dann müssen Sie die luftdichte Ebene entsprechend wie in dieser Abbildung führen. Wenn Sie sagen, der Keller ist beheizt, naja, dann muss es entsprechend auch fortgeführt werden. Luftdichtheit zur Erde ist natürlich jetzt nicht ganz so wichtig, aber da müssen Sie sich eben Gedanken machen und nehmen Sie sich einen Stift, ziehen diese Linie nach, das ist auch dann Teil Ihrer nächsten Prüfungsleistung, jetzt nicht für das nächste Testat, sondern danach. Und dann kann man sich überlegen, wie mache ich zum einen die Ebenen, also wie kriege ich eine Außenwand luftdicht, wie kriege ich eine Dachfläche luftdicht und wie gestalte ich die Übergänge. Und das ist alles kein Hexenwerk. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie kriege ich eine Außenwand, eine gemauerte, massive Außenwand luftdicht, ja, dann ist das der Innenputz, der die luftdichte Ebene darstellt. Das hat dann logischerweise die Konsequenzen, dass ich diesen Innenputz bis an den Rohfußboden führen muss und bis an die Rohdecke. Was ist damit gemeint? Wenn man sich jetzt mal so den Standardaufbau anschaut, eines Massivgebäudes, jetzt vielleicht etwas vereinfacht dargestellt, wir haben unsere Außenwand gemauert, wir haben eine Stahlbetondecke, hier unten wieder eine gemauerte Außenwand, auf der Außenseite wäre zum Beispiel eine Wärmedämmung. Dann ist meine luftdichte Ebene der Innenputz. Der muss bis zur Rohdecke geführt werden, oben und unten und erst anschließend kann ich den Fußbodenaufbau entsprechend realisieren mit einem Randdämmstreifen. Warum der da ist, das lernen Sie dann im zweiten Semester bei Schallschutz, einer Trittschalldämmung, Wärmedämmung, einem Estrich, der da oben drauf ist vielleicht. Dazwischen muss noch eine Folie angeordnet werden, die geht dann hier hoch und obendrauf vielleicht dann noch ein Fußbodenbelag. Wichtig ist, dass dieser Innenputz eben nicht oberhalb des Estrichs aufhört, sondern dass der bis zur Rohdecke geführt wird, weil sonst, wenn der jetzt nicht da wäre, dann könnte nämlich Luft ins Bauteil eindringen und mir Probleme bereiten. So, das ist damit gemeint. Also Putz, der Innenputz muss, wenn er die luftdichte Ebene darstellt, bis zur Rohdecke geführt werden. Was gibt es noch zu beachten? Innenputz, was ich noch erwähnen will, ist, wenn Sie im Bad oder in Feuchträumen, in Nassräumen, eine Vorwandinstallation einsetzen aus Trockenbau. Das macht man ja gern schon mal, dass man dann, wie hier in der Abbildung dargestellt, da kommt dann später die Toilette dran an diese Leichtbaukonstruktion, dann muss ich auch das Mauerwerk dahinter vollflächig verputzen, weil die Vorwandinstallation, die Gipskartonnebene, die kann nie luftdicht sein, weil sie immer durch diese, nicht jetzt durch das Rohr, aber am Rohr vorbei oder auch die gefließte Ebene ist nicht luftdicht genug, könnte ein Luftaustausch stattfinden und wiederum zu energetischen und feuchten Problemen führen. Und das ist ein Punkt, der wird häufig vergessen. Diese rote Stelle hier, die muss mit verputzt werden, hinter Vorwandinstallationen. Sie müssen in Hausanschlussräumen auch die Wände verputzen, wo niemals irgendwie eine Tapete dran kommt, weil die ganzen, weiß ich nicht, der Sicherungskasten dran hängt oder Warmwasserspeicher davor stehen oder die Heizung dran hängt. Alle Innenwände von beheizten Räumen müssen verputzt werden, wenn das die luftdichte Ebene sein soll. Und das ist natürlich auch ein Thema für die Bauleitung, weil ganz viele Verputzer, Handwerksfirmen das immer noch falsch machen. Die sagen, warum soll ich denn hinter der Vorwandinstallation verputzen? Da sieht doch kein Mensch. Dass das aber die luftdichte Ebene ist, das sieht dann in dem Moment eben derjenige nicht. Und das ist dann eine Sache der Bauleitung, das zu kontrollieren und zu überprüfen, weil es wird rauskommen. Also es wird entdeckt werden, wenn Sie einen Luftdichtheitstest machen, dann wird man feststellen, das Gebäude ist zu undicht und dann wird man diese Leckage finden und dann ist der Aufwand hoch. Vorwandinstallation rückbauen heißt, Fliesenbelag abnehmen, Installation wegnehmen, die Unterkonstruktion rückbauen, Wand verputzen, das Ganze wieder aufbauen. Das heißt, Sie tun sich keinen Gefallen, an der Stelle unsauber zu arbeiten. So, was haben wir noch? In Wänden haben wir auch Elektroleitungen. Das heißt, wenn in Ihrer Außenwand eine Steckdose vorhanden sein soll, was ja durchaus mal vorkommen kann, dann ist es so, dass Sie da natürlich Ihre luftdichte Ebene durchdringen. Das heißt, entweder, wie das hier steht, vollflächig einputzen, das Ganze, da wir aber in der Regel auch Leerrohre zu den Elektrodosen ziehen und nicht die Kabel direkt quasi einführen, heißt eigentlich der Standard, dass man luftdichte Dosen verwenden muss, also luftdichte Einbaudosen, damit diese luftdichte Ebene einfach lückenlos vorhanden ist. Wenn Sie sich jetzt noch mal erinnern an den Vortrag von Frau Nisse und gucken mal da, so wie so ein Ziegelstein aufgebaut ist, da gab es doch schöne Abbildungen. Nehmen Sie sich so ein Ziegelmauerwerk für eine Außenwand zum Beispiel, gleicher Mauer, wie ich sehe es, und Sie bauen jetzt hier eine Dose ein, eine Elektrodose, dann haben Sie all diese Luftkammern hier erstmal zugänglich. Das heißt, Luft könnte da eindringen und durch diese Kammern auch weitergeleitet werden. Das heißt, wir haben Konstruktionen oder mit Konstruktionen zu tun, die sehr löchrig sind, eventuell. Wenn Sie jetzt einen Aufbau haben aus Kragsandstein, der relativ geschlossen ist und eine außenliegende Wärmedämmung, dann ist der für sich genommen vielleicht nicht so empfindlich für Luftdurchströmung. Herr Morbe. Frage zu den luftdichten Dosen. Taugen die denn wirklich was oder sind die nach einzigem Ausstecken kaputt? Weil ich kenne das halt nur, dass die für den Blower-Door-Test dann gut sind und dann ein paar Wochen später, wenn das tatsächlich im tagtäglichen Gebrauch passiert, dass sie dann wupps sind, dass sie dann nicht mehr diese Wirkung erzielen können. Naja, ich würde jetzt mal fragen, warum sollten die im Gebrauch schlechter werden? Weil das, was luftdicht ist, ist ja die Einbaudose und nicht jetzt die, das, was sie dann nachher reinsetzen sozusagen als eigentliche Steckdose oder die Blende. Das ist ja nicht das Luftdicht. Sondern das, was sie einmörteln, sagen wir mal, ist das, was luftdicht ist und sie müssen eben auch drauf achten, dass dann Leerrohre auch entsprechend dazu passend angeschlossen werden. Wenn sie jetzt kein, das Leerrohr nicht wirklich sauber dann in diese luftdichte Dose oder an die luftdichte Dose führen, hätten sie da wieder einen Schwachpunkt. Aber wenn das luftdicht eingebaut ist, dann wird das in der Regel auch nicht schlechter. Ja, ich kenne halt so welche, die dann auch in dem Fertigdingen also Gummimembranen haben, die das dann abdichten sollen. Die würde ich jetzt nicht so empfehlen. Also ich würde dann wirklich die Einbaudose luftdicht. Ja, nee, da macht's dann. Wir kommen gleich noch zu Leichtkonstruktionen. Auch da gibt es dann entsprechende Dosen für. Aber erstmal wichtig, dass man auch solche Punkte bedenkt. Ja, Elektroinstallationen. Wenn Sie das vermeiden wollen und das wäre vielleicht auch die erste Wahl, dann sollten Sie möglichst auf Installationen in Außenwänden verzichten. Das geht nicht immer, aber manchmal geht's vielleicht dann doch. Diese luftdichten Dosen sind natürlich etwas teurer als normale Einbau-Elektroinstallationen, aber vielleicht lohnt es sich dann zu überlegen, wo will ich überhaupt eine Steckdose haben und vielleicht kann man sie dann an eine Innenwand setzen. So, welche Punkte haben wir noch? Naja, Fenster und Türen allgemein, die sind natürlich in sich luftdicht. Also es geht da mehr um den Anschluss und da gibt's dann entsprechend Möglichkeiten, die der Hersteller vorgibt. So allgemein würde ich es mal sagen. Also es gibt, man kann mit Folien arbeiten, es gibt auch Fensterkonstruktionen, die mit vorkomprimierten Dichtbändern arbeiten. Wichtig ist da, dass die gesamte Laibung vorher verputzt ist und eben nicht das rohe, abgeschlagene Mauerwerk da ist. Da hilft Ihnen auch kein Komprimant was. Das heißt, man muss dann gucken, dass man auch diese Anschlussbereiche vorher glatt zieht mit Mörtel. Das muss jetzt keine fertige Oberfläche sein, wie ein jetzt fertiger Innenputz. So glatt muss es nicht sein, aber ich muss es glatt ziehen, weil sonst eben die Komprimänder nicht funktionieren. Und was auch wichtig ist, wir haben ja bei Fensteranschlüssen generell das Thema, wenn ich jetzt noch mal die seitliche Laibung mir anschaue, hier ist das Mauerwerk. Hier sitzt dann vereinfacht der Rahmen. Vielleicht so. Das heißt, es geht um diese Fuge zwischen Fensterrahmen und dann letzten Endes den Anschluss an meinen Innenputz. Wie schließe ich das an? Und wenn ich jetzt hier entsprechend so ein Komprimant einbauen möchte, also so ein schwarzes Gummiband, was ich da reinbringen kann, was dann aufquillt und das dann dicht verschließt, dann muss es natürlich erst mal in dem Bereich hier glatt sein. Das darf dann nicht allzu wellig sein, dann schließt das Komprimant nicht wirklich sicher. und jedes Komprimant ist zugelassen für eine bestimmte Fugenbreite, Fugendicke. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, wie sind die Mauerwerkstoleranzen, die Bautoleranzen und wie sind dann entsprechend diese Fugenbreiten, dann kann ich eigentlich, weiß ich eigentlich erst diese Fugenbreite, wenn das Fenster eingebaut worden ist. Wenn man also jetzt mit einem Fugenband oder mit einem Komprimant ankommt, was zugelassen ist, bis zu einer Fugenbreite von zwei Zentimetern und ich habe aufgrund von Bautoleranzen vielleicht eine Fugenbreite von drei Zentimetern auf einer Seite, dann hilft mir dieses Fugenband, das Komprimant nichts. Muss ich ein entsprechend anderes Komprimant wählen und dabei haben dann in dem Moment. Auch das ist ein Punkt. Ja, überlegen Sie sich selber, Sie stehen auf der Baustelle und haben halt nur die eine Rolle Komprimant dabei und die Fuge ist halt jetzt breiter. Gucke ich nach links, gucke ich nach rechts und dann klebe ich das Ding rein, dann sieht jeder, da ist ein Komprimant drin. Ja, wie wahrscheinlich ist das, dass diese Stelle entdeckt wird? Sehr wahrscheinlich, wenn Sie einen Blower-Door-Test durchführen, dann haben Sie nämlich durch ein zu dünnes Komprimant entsprechend auch dann entweder Luft-Eintrag oder Austrag und das sind diese Leckagen, diese Undichtigkeiten, die ich rausfinden werde durch den Blower-Door-Test. Also Komprimant ist so eine Sache, ist zugelassen, funktioniert, ich muss auf die Fugenbreite achten. Eine andere Möglichkeit wäre jetzt, wenn ich das jetzt nochmal wegnehme, ergänzen wir das gerade schnell, wäre mit entsprechenden Folien zu arbeiten, die hier angeschlossen werden und überputzt werden. Ich brauche natürlich dann so eine Anputzleiste, also ich kann nicht einfach mit dem Putz hier enden, ist auch klar. Das heißt, ich habe da eine Überlappung der luftdichten Ebenen. Folie sorgt für den Anschluss Luftdichte-Ebene-Putz an meinen Fensterrahmen und das ist dann relativ flexibel, was die Fugenbreite angeht. Dann muss ich mir noch Gedanken machen, ich muss natürlich hier noch Wärmedämmung reinbringen, bevor ich die Folie umklappe, aber auch das wäre ein standardisierter Anschluss, der nicht so sehr davon abhängt, wie breit die Fuge nachher wirklich ist. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Wichtig ist, dass Sie da nicht nur Bauschaum reinsprühen. Also auch das, wenn Sie das sehen, dass die Fenster ausgeschäumt werden, dann fragen Sie mal, wie die luftdichte Ebene da hergestellt ist, welche Anforderungen der Fensterhersteller hat. Das ist Ihr Job in der Bauleitung. Ich weiß natürlich auch, dass das vielfach auf Baustellen passiert und dass dann einer der drei Standardsätze fällt, das machen wir immer so, haben wir immer schon so gemacht, dann kann man natürlich entgegnen, naja, dann war das immer schon nicht luftdicht und immer schon nicht zugelassen. Also seien Sie da penetrant. Auch das ist Berufserfahrung, glauben Sie mir. Ob das zu einem Schaden führt später, also ob es dann da zu Schimmelpilzbildung kommt oder Zuglufterscheinungen, das ist nicht so sichergestellt. Also das trifft nicht in jedem Fall zu und das ist halt auch der Grund, warum noch viel zu viel gepfuscht wird an der Stelle, weil es nicht immer zu einem Schaden kommt. Und die hohen energetischen Verluste, die sehen Sie erstmal nicht. Die sehen Sie höchstens auf einer Heizkostenabrechnung. Und dann haben wir ein anderes Problem, dass man das auch nicht jetzt sicher prognostizieren kann, was rauskommen müsste. Wenn man aber zu viel davon hat, zu viel Leckagen, dann ist der Energieverbrauch tatsächlich viel zu hoch. Und wenn Sie ein ganz effizientes, passendes System ausgewählt haben, das sehen wir dann im nächsten Kapitel oder übernächsten Kapitel, wenn wir über Heizwärmeerzeuger sprechen, wenn Sie zum Beispiel eine sehr gut dimensionierte Luftwärmepumpe gewählt haben und Sie haben einen um 30% höheren Wärmebedarf, dann kann das schon mal das System an seine Grenzen stoßen. Also, nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter. Man kann auch mal 5 gerade sein lassen, wenn das jetzt eine kleine Stelle ist. Aber überlegen Sie sich immer, was kann passieren? Was ist der Worst Case? Weil auch das muss man sagen, wenn dieser Mangel zu einem Schaden führt und wenn das sozusagen dann auch zu Sachverständigen kommt, dann wird man auch immer sagen, das ist auch ein Thema der Bauleitung. Das ist natürlich falsch ausgeführt worden. Aber es ist auch eine Bauleitung, weil das ist das Bild von eben. Also die Schwachstellen sind bekannt. Und da hat der Bundesgerichtshof ausgeurteilt und gesagt, die Bauleitung muss sich alle Stellen anschauen, die besonders schadensanfällig sind und deren Beseitigung besonders aufwendig wäre. Und dazu gehören halt die luftdichten Anschlüsse, Fenster in der Laibung mit dazu. Das heißt, da wird man als Bauleitung immer auch ein Stück des Schadens mittragen. Und warum sollten Sie das tun? So kommen wir jetzt zu einer anderen Art von Konstruktionen. Das sind leichte Konstruktionen, also zum Beispiel den Dachstuhl, eine Holzkonstruktion. Wo und wie sorge ich da für die luftdichte Ebene? Da ist es so, dass ich in der Fläche entweder mit Folien arbeiten kann als luftdichte Ebene. Und da haben Sie eben auch schon gesehen, dass ich da hier so ein paar Materialien dabei habe. Da können wir gleich mal durchgehen. Also all das hier sind letzten Endes luftdichte Ebenen. Also eine von einem Hersteller. Fragt man sich natürlich auch, warum gibt es da so viele? Gibt es natürlich einen Grund für. Gucken wir uns gleich an. Und diese Folie muss ich auf der Innenseite meiner Konstruktion anordnen, weil da ist die richtige Stelle meiner luftdichten Ebene. Und da gibt es noch ein anderes Regelwerk, wo da viele Anschlussdetails drinstehen. Da kommen wir gleich zu. So, wenn ich jetzt sage, meine Folie ist meine luftdichte Ebene, dann wird die ja nicht quasi stoßfrei, lückenlos verlegt werden können im Dachstuhl. Sondern auch die Folie hat Stöße, die hier umkringelt sind, die Sie hier sehen. In der Regel haben die Folien vielleicht so selbstklebende Bänder an der Stelle. Die muss ich natürlich auch ordentlich zusammenfügen oder ich muss es mit einem zugelassenen Klebeband abkleben. Wie das hier steht, Klebeband mittig auf Folienstoß und das ist natürlich auch wiederum eine Sache, die, wenn Sie sich vorstellen, da labbert so eine Folie auf der Innenseite meines Dachstuhls. Ich kann nicht so richtig gegendrücken, weil da ist vielleicht die Dämmung, dass das schon so ein bisschen auch im Geschick des Ausführenden liegt, das wirklich lückenlos auch abzukleben. Und ich muss natürlich diese Folie auch an die anderen luftdichten Ebenen anschließen. Das heißt, wir sehen hier schon einen Anschluss, Anbindung ans Mauerwerk steht da. Das muss spannungsfrei geschehen, also es darf nicht auf Zug sein, diese Folie. Durchgängige Verklebung auf Putz oder eingeputzt. Durchgängige Verklebung auch in den Eckbereichen und das werden wir dann gleich sehen, wie das aussieht. Hier nicht. Auch da gibt es dann eine entsprechende Norm zu. Das ist die DIN 4108 Teil 7, die die luftdichte Ausführung, Luftdichtheit von Gebäuden regelt. Also das ist eigentlich das Hintergrundwerk, die Hintergrundnormung dazu. Und da gibt es dann entsprechende Regeldetails. Ganz viele Abbildungen. Ich zeige nur mal eine. Da ist das Ganze dann noch mal beschrieben. So, gucken wir uns mal an. So einen typischen Anschluss mal. Hier wäre jetzt zum Beispiel so eine Überlappung im Bereich des Dachsparrens. Also hier ist mein Sparren an der Stelle. Links und rechts daneben wäre die Wärmedämmung. Und dieses gestrichelte, das ist die Folie. Das überlappt sich. Dazwischen ist ein Klebeband, doppelseitiges Klebeband oder Klebemasse. Man kann das auch zusätzlich noch durch eine Dachlatte dann mechanisch halten. Und der Anschluss. Wenn wir jetzt mal ans Mauerwerk gehen. Hier wäre so ein seitlicher Anschluss an meine Traufe beziehungsweise an meinen Ortgang beziehungsweise an meinen Giebel. Das könnte die Giebelwand sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dachstuhl habe. Dann wäre das hier dieser Anschluss. Also da schließt die Folie dann an die Außenwand an. Und dann sehen wir hier die ganzen Konstruktionsempfehlungen. Es muss spannungsfrei sein. Das heißt, ich habe diese Schlaufe. Das sorgt dafür, dass wenn sich das Gebäude etwas bewegt dieser Anschluss nicht abreißt. Und dann wird die Folie auf das Mauerwerk geführt. Wird überputzt. Dann brauche ich noch eine Gewebe-Einlage damit der Putz auch wirklich hält. Ich würde es ein bisschen mehr aufs Mauerwerk ziehen. Weil sonst kriegt man das ein bisschen schwierig hin. Das wäre jetzt so ein Anschluss der Folie an Mauerwerk oder Beton. Gucken wir uns vielleicht noch andere Anschlüsse an. Ja, hier ähnlich. Wieder mit mit Klebeverbindung rechts. Klebemasse ohne Anpressung. Dann links ist Klebemasse mit einer Anpressleiste. Ja, das hier ist dann die Anpresslatte. Und dann drücke ich das mechanisch noch dagegen. Das ist natürlich stabiler, als wenn ich es nur kleben würde oder nur überputzen würde. Ist aber natürlich auch mehr Aufwand. Ja, also das sind so die typischen Schwachstellen, die dann auftreten. Ich kann es auch so anschließen auf meinen Ortgang. Oder auch an leichte Konstruktionen kann ich es entsprechend anschließen. Wie sieht der Übergang aus im Bereich von Mittelfetten zum Beispiel? Ja, das hier wäre jetzt eine Mittelfette. Wenn Sie die Begriffe nicht mehr kennen, schauen Sie noch mal nach bei inhomogenen Bauteilen. Na ja, und wenn man sich jetzt den Bauablauf vorstellt, dann wird erst der Holzdachstuhl natürlich gestellt. Sicherlich ist erst mal die Mittelfette da, aber relativ bald kommen dann auch die Sparren oben drauf. Und bevor ich die Sparren da oben drauf lege, muss ich dieses Folienstück hier entsprechend auf die Mittelfette auflegen und dann erst meinen Sparren auflegen. Nachher kriege ich das nicht mehr drunter gezaubert. Und dann kann ich später hingehen, kann das hochklappen und kann es dann hier in dem Anschlussbereich wieder verkleben. Die eine Folie an die nächste anschließen. Das heißt, wenn Sie diese Folie vergessen, diese Folienauflage auf die Mittelfette, die kriegen Sie nachher auch nicht mehr da drunter. Ja, und wenn Sie sich vorstellen, wie so ein Holzbalken aussieht, dann ist der gerissen irgendwann. Ja, der wird dann entsprechend solche solche Risse ausbilden. Das heißt, Sie haben natürlich den Balken als solchen, können Sie nicht luftdicht herstellen. Das heißt, wenn die Folie fehlt, haben Sie auch hier auch wiederum einen Lufteintrag in die Konstruktion, in den gedämmten Bereich mit Tauwasserbildung und energetischen Verlusten. Also gerade im Dachbereich, Sie sehen hier zwar auch einen Alternativanschluss bei einer Mittelfette, wo die Folie nicht oben drauf liegt, aber wie gesagt, wenn ich jetzt ein Konstruktionsholz habe, oder ein Leimholz habe, was nicht reißt, dann mag das funktionieren. Wenn man aber normales Nadelholz hat, was dann diese Risse ausbildet, dann habe ich auch zwangsläufig Lücken, wo die Luft dann entsprechend austreten kann. Also dieses Detail, ich mache mal ein Fragezeichen dran, ob man das so machen sollte, sei mal dahingestellt. Eine weitere große Schwachstelle sind alle Arten von Durchdringungen. Wir hatten schon über Steckdosen gesprochen, aber natürlich gibt es im Dachbereich auch zahlreiche Durchdringungen. Das können sein, Elektroleitungen zu ihrer Photovoltaikanlage, das können sein, Wasserleitungen zu ihrer Solarthermieanlage, das können sein, Durchdringungen für eine Satellitenschüssel, falls Sie noch wissen, dass es so was mal gab, Fernsehen früher über Satellit. Das kann sein, im ländlichen Bereich noch Überlandleitungen, das heißt, Strom kommt nicht durch die Erde sozusagen, durch erdverlegte Leitungen, sondern noch als Freileitung ins Haus, der Halter dafür. Schornsteine, Abgasschornsteine, Lüftungsöffnungen, Entlüftungsdurchdringungen, das heißt, Sie haben eigentlich immer so eine Handvoll Durchdringungen im Dachbereich, immer. Und auch dafür gibt es natürlich vorgefertigte, vorkonfektionierte Manschetten. und die, nur die, die sollte man da verwenden. Die kann ich nämlich für jede Öffnungsgröße dann auch entsprechend passend erwerben. Hat so eine Gummimanschette letzten Endes, die ich da drüber ziehe. Und das ist dauerhaft luftdicht. Wenn man versucht, da selber mit Klebeband irgendwie was abzukleben, das kriegen Sie nicht dauerhaft hin. Das löst sich ab, da gibt es Falten und wieder Durchdringungen. Und gerade im Dachbereich ist das besonders empfindlich, wenn hier feuchte, warme Luft in den gedämmten Bereich einströmt, dann haben Sie relativ schnell einen feuchten Eintrag, der 200 Milliliter am Tag sein kann im Winter. Das heißt, Sie gießen jeden Tag ein Glas Wasser in diese gedämmte Schicht, die kann niemals schnell genug vertrocknen oder austrocknen und Sie haben relativ schnell dann auch wirklich heftigen Bauscheiben. Also gerade im Dachbereich achten Sie darauf, dass die Durchdringungen sauber mit diesen Manschetten luftdicht angeschlossen sind an die Folie, an die Dampfbremse heißt das Ding auf der Innenseite. Gucken wir noch ein bisschen weiter. Eine alternative Art der luftdichten Ebene, wenn ich jetzt keine Folien verwenden möchte, weil ich sage, ich will möglichst auf Kunststoffe verzichten weitestgehend, so gut es eben geht, dann kann ich zurückgreifen auf plattenartige Materialien, also auf Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten zum Beispiel oder entsprechend zugelassene Spanplatten. Die enthalten zwar auch wieder Klebeanteil, aber bestehen erstmal natürlich aus Holz und die kann ich auch, gelten auch als luftdichte Ebene meines Hauses. Ich muss mich dann nur um die Plattenstöße kümmern. Also auch da brauche ich immer auch ein Klebeband an diesen Stellen, um den Plattenstoß nachher wirklich luftdicht hinzukriegen. Da habe ich dann eher das Thema, oder ich habe eine Klebemasse, also eine Verfugung an diesen Stellen. Das kann auch für Gipsplatten, also Gipskartonplatten sind auch geeignet, auch eine entsprechende Fugenausbildung sein mit Gewebeeinlage. Ich muss aber auch natürlich darauf achten, dass die Ecken entsprechend ausgebildet sind und jeder, der irgendwie mal einen Raum im Dachgeschoss hatte, weiß, wie schnell sowas reißen kann, weil das Dach sich bewegt und die Fugen müssen natürlich diese Bewegungen mitmachen können. Also bei Gipskartonplatten mache ich da mal ein Fragezeichen dran, ansonsten kann man das auch gut hinbekommen. Anschlüsse an Inputs muss ich natürlich auch wieder hinkriegen. Da werde ich in der Regel aufgrund der Bewegungen, die da möglich sein sollen, nicht drum rum kommen, dass ich da auch wieder so einen Folien-Einsatz habe oder Folien zum Einsatz bringen muss. Und so weiter und so weiter. Also in der 4108 Teil 7 ist das, finden Sie die zahlreichen Details, die für luftdichte Konstruktionen entsprechend geeignet und zugelassen sind. Und ich kann Ihnen nur den dringenden Ratschlag geben, überprüfen Sie die ordnungsgemäße Ausführung der luftdichten Ebene so früh wie möglich im Bauablauf. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf dieses Beispiel hier und mal angenommen wir arbeiten jetzt mit Folien und Sie wollen überprüfen, ist das zum Beispiel so in Detail luftdicht ausgeführt worden, dann überprüfen Sie das durch einen Blower-Door-Test, der kostet für ein Einfamilienhaus irgendwas zwischen 350 und 500 Euro, also nicht wirklich großes Invest und überprüfen Sie es deswegen so früh wie möglich, weil Sie dann noch nicht hier die fertige Plattenoberfläche reingebracht haben, noch nicht tapeziert haben, noch nicht gestrichen haben, dass Sie, falls Sie Leckagen haben, an die Stellen noch gut drankommen. Also so früh wie möglich als Qualitätssicherung bitte den Blower-Door-Test durchführen und dann kann man das vom Geld, vom Aufwand für Sie letzten Endes als Bauherr so regeln, dass man sagt, ich werde so einen Test durchführen, den ersten Test bezahle ich als Bauherr, sollte das Ding undicht sein, dann bezahlt der nächste Test derjenige, der die Leckage verursacht hat. Müssen Sie nur vertraglich vereinbaren dann mit Ihren Unternehmen, Nachunternehmern und müssen das entsprechend regeln. Wenn Sie ein KfW-gefördertes Haus errichten wollen, Effizienzhaus, dann ist so ein Blower-Door-Test sowieso Pflicht. Den müssen Sie machen und Sie müssen auch den erfolgreichen Blower-Door-Test nachweisen. Ich kann es Ihnen aber nur empfehlen, eine bessere, also Sie kriegen selten mehr für Ihr Geld als bei einem Blower-Door-Test als Qualitätssicherung. Luftdichte Bauweise ist also kein Geheimnis. Es gibt natürlich zahlreiche zugelassene Materialien und Konstruktionen. Auch da müssen Sie sich jetzt nichts Neues ausdenken. Sie müssen nur darauf achten, dass es auch tatsächlich gemacht wird. So, jetzt machen wir den Übergang. Jetzt haben wir unser Gebäude ganz luftdicht gebaut und das ist auch wieder nicht gut, weil Feuchtigkeit im Raum, Sie schwitzen, Sie transpirieren, Sie kochen, Sie duschen, Pflanzen geben Feuchtigkeit ab und diese Feuchtigkeit muss auch raus aus Ihrem Haus. Sie brauchen Sauerstoff, also die CO2-Konzentration geht relativ schnell nach oben. Auch das kann ich Ihnen gleich mal zeigen. Ich habe so ein entsprechendes CO2-Messgerät hier. Wenn man die Fenster zulässt und selbst wenn man alleine in so einem Büro sitzt, wird das nach einer gewissen Zeit ein CO2-Gehalt sein, der zu hoch ist. Und entsprechend Luftschadstoffe, die ich nicht rieche, die sich nicht direkt auswirken, haben natürlich dann auch eine höhere Konzentration oder Gerüche natürlich auch. Das heißt, einerseits habe ich den Wunsch einer luftdichten Bauweise, brauche ich aus hygienischen Gründen einen gewissen Luftwechsel herstellen. Die ganzen Anforderungen oder Gründe dafür sind hier mal genannt. Also Luftbelastung natürlich reduzieren, CO2-Gehalt, Raumluftfeuchte ist ein ganz wichtiger Punkt, Allergene Stoffe auch rausschaffen, im Sommer natürlich die Wärme raustransportieren, generell die Raumluftqualität und ich habe die Möglichkeit, wenn ich luftdicht baue, dann nur so viel Luft, wie ich eben brauche, auch wieder in mein Haus zu holen. Das heißt, ich habe keine unnötigen Wärmeverluste und ich kann mir Gedanken machen, ob ich vielleicht sogar ein technisches System einbaue, was die Wärme zurückgewinnt und nur die Luft austauscht. Also Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung kommen dann ins Spiel. Wenn man jetzt so die Frage stellt, naja, so eine Lüftungsanlage kostet ja auch Geld, wir werden uns anschauen, wie viel Geld so eine Lüftungsanlage kostet, sollten Sie immer bedenken, dass Sie sich erschreckend lange hohen Prozentsatz Ihres Lebens in Innenräumen aufhalten. 90%, 80%, egal wie viel das jetzt ist, die meisten Menschen sind in diesem hohen Anteil in Innenräumen und da sollte man schon auch auf die Luftqualität achten, finde ich, ganz selbstverständlich. Wir werden uns verschiedene Lüftungskonzepte anschauen, machen vorher dann gleich eine Pause, werden uns auch anschauen, wie entwickelt man so ein Lüftungskonzept. Ganz kurz vorher noch, wie erfolgt so eine Messung der Luftdurchlässigkeit meines Gebäudes, das Blower Door, die Blower Door Messung, wie funktioniert die? Ich habe es eben schon mal gesagt, eigentlich so ähnlich wie bei einem Fahrradreifen, der ein Loch hat, sie pumpen ihn auf und gucken, wo die Luft rauskommt. So ähnlich mache ich es hier auch, nur dass ich durch einen entsprechend zugelassenen und geeichten Ventilator mein Haus aufpumpe. Das muss natürlich in der Öffnung eingebaut sein, also hier ist dann der Ventilator und entweder ich pumpe mein Haus auf oder ich ziehe die Luft raus, ich sorge für einen Unterdruck. Beides macht man bei einem Blower Door Test. Wichtig ist jetzt, ich will ja nicht nur wissen, wo die Luft rausgeht, sondern auch wie viel Luft rausgeht, das heißt, wenn ich schaffe, den Überdruck oder Unterdruck, die Druckdifferenz zwischen normaler Außenluft und meinem Innenraum konstant zu halten und diese Konstanz ist bei einem Unterdruck oder jedenfalls einer Druckdifferenz von 50 Pascal ist das dann so, das ist der Normwert, aber ich werde auch größere Druckdifferenzen mit dem Gerät testen und vielleicht etwas kleinere Wenn ich diesen Überdruck konstant halte, muss ich immer weiter Luft reinpumpen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein relativ großes Loch in Ihrem Autoreifen oder Fahrradreifen, dann können Sie immer noch ein bisschen Luft nachpumpen, der wird nicht dicker, wird nicht dünner und so können Sie ausrechnen, naja, die Luftmenge, die Sie reinschaufeln müssen, muss die sein, die woanders rauskommt. Das heißt, Sie wissen, wie viel Kubikmeter Luft pro Stunde Sie in das Haus reinpumpen, um diese Druckdifferenz konstant zu halten. Wenn ich jetzt noch weiß, wie viel Luft mein Gebäude komplett beinhaltet, dann kann ich ausrechnen, die sogenannte Luftwechselzahl n oder besser gesagt, die Luftwechselzahl n bei einer Druckdifferenz von 50 Pascal. Das heißt, der Wert, der uns später interessiert, ist der sogenannte N50 Wert. Das ist der Luftwechsel bei einer Differenz, bei einem Differenzdruck 50 Pascal. Das ist der Standardwert. Das ist hier im Text auch noch mal beschrieben. Auch diese Druckdifferenz und hier ist jetzt mal so ein Messprotokoll mal aufgelistet. Die Punkte, die Sie hier sehen, das sind dann einzelne Messergebnisse. Das heißt, ich habe einen bestimmten Volumenstrom, der dazu passt, zu meiner Druckdifferenz, mein geeichter Ventilator und kann das dann entsprechend ablesen. Und diese Differenz hier, das ist dann die Druckdifferenz 50 Pascal. Hier in dem ... Entschuldigung, da gab es ein Geräusch. Egal. Diese Druckdifferenz kann ich dann auswerten. Das hier sind jetzt, ist der Volumenstrom bei einer Druckdifferenz von minus 50 Pascal, der Volumenstrom. Das ist jetzt ein Volumenstrom in dem Beispiel bei einem Überdruck von 50 Pascal. Und dann kann ich hier raus dann entsprechend auch die Luftwechselzahl N machen. N 50 ist total simpel. Hier haben wir die zwei Druckdifferenzen, hier die beiden Beispielwerte. Da bilde ich dann den Mittelwert. Das sind dann 250 Kubikmeter pro Stunde Druckdifferenz. Und mein gesamtes Innenvolumen, also mein gesamtes Luftvolumen im Gebäude, wären in dem Fall relativ wenig, 150 Kubikmeter. Das kann ich dann durcheinander dividieren, also 250 durch 150 in dem Zahlenbeispiel. Und dann komme ich auf eine Luftwechselzahl N 50 von 1,7 pro Stunde. 1 durch Stunde oder Stunde hoch minus 1. Ja, ist also relativ simpel. Ich werde wie gesagt diese einzelnen Messungen durchführen. Das sind jetzt die Punkte und die Kreuze. Das sind also Einzelmessungen bei unterschiedlichen Über- und Unterdrücken. Und dann kann ich sozusagen eine normierte Kurve durchlegen. Sie sehen, das ist eine bestimmte Kurvenform. Das macht in der Regel die Auswerte Software automatisch. und dann kann ich wirklich hingehen und sagen, bei 50 Pascal gehe ich jetzt hier rein und kann die beiden Werte ablesen an dieser Kurve. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht nächstes Semester können wir Ihnen das mal vorführen in der Hochschule. Sie können das dann auch mal selber machen. Sollten Sie tun, das auch mal selber zu machen, damit man so ein bisschen praktische Erfahrungen sammelt. Das ist der Blower-Door-Test. Mehr ist es nicht. Dann gibt es natürlich auch Bewertungen. Was heißt jetzt ein dichtes Gebäude, was ist ein undichtes Gebäude? Auch das haben wir dann entsprechend. Das ist dann auch geregelt. Es gibt Empfehlungen für die Luftdichtheit von Gebäuden. Die maximale Luftdichtheit von Gebäuden, die steht hier hinten, maximal N50. Also wenn Sie so einen Test durchführen, dann sehen Sie die erste Zeile. Wenn Sie nur Fensterlüftung verwenden, Sie haben keinen, das hier ist Außenluftdurchlass, heißt das, also Sie haben keine weiteren lüftungstechnischen Maßnahmen, die werden wir gleich besprechen, dann beträgt der Maximalwert von N50 liegt bei 3. Also dreimal pro Stunde tauscht sich das gesamte Luftvolumen Ihres Hauses aus, wenn Sie eine Druckdifferenz von 50 Pascal haben. Das ist verdammt viel. Das ist eigentlich nicht mehr Stand der Technik. Also das ist unnötig viel. Ich würde mal reinschreiben, ja, also 1,5, das wäre eigentlich so ein Wert, der ist locker zu erreichen, wenn Sie keinen Mangel einbauen. Also Sie sollten eigentlich keinen Wert über 1,5 tolerieren. Und das ist jetzt eine vertragliche Sache, wenn Sie ein Fertighaus zum Beispiel kaufen als Erwerber, dann sollten Sie vielleicht darauf achten und das in den Vertrag schreiben. Dass Sie sagen, ich hätte gerne Luftdichtheit von 1,5. Warum? Das ist problemlos zu bauen, das ist kein Hexenwerk. Wenn Sie normal gut bauen und keine Leckagen haben, dann haben Sie eine Luftdichtheit, die liegt standardmäßig zwischen 1 und 1,5, ohne dass Sie Wenn man jetzt sagt, ich habe eine Lüftungsanlage, wenn wir jetzt mal ans andere Ende der Fahnenstange gehen, Lüft, Zuluft, Abluftanlage, was wahrscheinlich einige von Ihnen einbauen wollen, dann haben Sie sogar eine geforderte Luftdichtheit von 1, bei einem Passivhaus sogar von 0,6. Und dann sehen Sie warum. Die Bauteile werden immer besser, die Bedeutung der Lüftungswärmerverluste nimmt zu, das heißt, bei einem Passivhaus mit sehr hohen Anforderungen an die Wärmeverluste der Bauteile muss ich auch hohe Anforderungen an die Luftdichtheit stellen, sonst funktioniert das Prinzip nicht. Das heißt, zusammengefasst würde ich sagen, irgendwas zwischen 1,5 bis 1,0 oder sogar 0,6, das ist das, was man da als übliche Werte verwenden sollte oder ansetzen sollte. Diese 1,5 sehen Sie jetzt hier häufig, das ist, wenn Sie mit Außenluftdurchlässen arbeiten, was das ist, sehen wir gleich, 3,0 ist wirklich ein verdammt schlechter Wert. Also da würde ich darüber diskutieren, wenn man im Bestand unterwegs ist, wenn Sie einen Altbau modernisieren. Okay, wenn Sie so eine hohe Luftdurchlässigkeit haben, dann sollten Sie über diese Gesamtdichtheit meines Gebäudes sorge ich nur dafür, dass nicht allzu große energetische Verluste auftreten. Das können ganz viele kleine Undichtigkeiten sein, die sich niemals zu einem Schaden ausdehnen werden. Es kann aber auch eine Leckage sein, eine große Leckage im Dachbereich und die wird mit aller Wahrscheinlichkeit auch zu einem Schaden führen. Das heißt, der erste Schritt ist, und das ist oben auch bei Blower Door Test beschrieben, die Gesamtdichtigkeit zu testen. Aber zweiter Schritt, auch immer die Leckagesuche mit einzubauen. Das heißt, zu gucken, sind die Fenster alle luftdicht eingebaut? Sind die Durchdringungen alle luftdicht eingebaut? Und das herauszufinden ist auch relativ simpel. Man kann da nämlich mit künstlichem Nebel arbeiten. Das heißt, wenn Sie Ihr gesamtes Haus einräuchern und voller künstlichem Nebel packen oder mit so einer Rauchkerze mal so eine Fensterlaibung abfahren und Sie sehen, da strömt jetzt Luft rein, dann haben Sie die Leckage gefunden. Oder wenn Sie dann auf die Außenseite gehen bei Überdruck und sehen, da kommt irgendwie Qualm raus, dann wissen Sie, okay, mein Gebäude ist irgendwo undicht, ich informieren und sagen, mein Haus brennt nicht, wir testen nur die Luftdichtheit, weil sonst kann passieren, auch aus eigener Erfahrung, dass dann die Feuerwehr auf der Matte steht, weil einer die Rauchentwicklung gesehen hat. Oder Sie informieren, bei größeren Projekten macht man das in der Regel, Bürogebäude, Mehrfamilienhäuser, informieren Sie vorher die Feuerwehr. Rufen Sie nicht die Notrufnummer an, sondern die normale Telefonnummer und sagen, wir führen einen Blowerdoor-Test mit künstlichem Nebel durch, in der und der Zeit, da brennt es nicht, bzw. rufen Sie mich an, wenn es Meldungen gibt, dann kann ich Ihnen bestätigen, dass es nicht brennt, weil sonst wird es teuer eventuell. Also das sind so Standardwerte, wie gesagt, gehen Sie nicht über 1,5, zwischen 1,5 und 1 liegt es in der Praxis, um 0,6 zu erreichen, müssen Sie mit der Ausführung. So, das war der erste Schritt. Gibt es Fragen bis hierhin, also zum Thema Luftdichtes Bauen? Haben Sie da irgendwelche Fragen? Sie finden in der Aufgabenstellung dann für die nächste Prüfungsleistung für Ihren Endbericht auch die Anforderung, dass Sie ein Luftdichtheits Konzept erstellen müssen für Ihr Gebäude. Das ist nicht viel, sondern das ist eigentlich nur das, was wir hier schon mal hatten, angewendet auf Ihr Gebäude. Also, dass Sie beschreiben, wie kriegen Sie die Luftdichte Ebene hin, was ist die Luftdichte Ebene bei Ihnen, geben entsprechende Leitdetails vielleicht aus der DIN 4108 Teil 7 vor, auch da gibt es zahlreiche Quellen, die Sie verwenden können, sagen vielleicht noch was zum Blower-Door-Test, welche Anforderungen da gelten und das ist dann schon das Luftdichtheits Konzept. Wenn Sie es ganz ausführlich machen mit Abbildungen, dann kommen Sie vielleicht auf zwei Seiten. Wenn es eine Seite ist, kann es trotzdem ein gutes Konzept sein. Also das ist Teil 1 Ihrer Anforderungen für das Projekt, Luftdichtheits Konzept zu machen. Das ist auch eine Standardleistung später. wird oft vergessen, wenn es zum Schaden kommt, ist es auch ein Planungsfehler. Also auch da sagt dann das Gericht, naja, es gibt keine Planung der Luftdichten Ebene. Wenn Sie ein Luftdichtheits Konzept geschrieben haben, sind Sie da raus, sind Sie aus der Schose raus. Also auch deswegen immer ein Luftdichtheits Konzept mit erstellen. Ok. Ja, wenn keine Fragen sind, Teil 2 geht es dann klar.